hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von football manager 2019 mit dem journeyman von mir bei livorno dass ich es nicht vergesse ja wir sind mitten in der saison und ja wir haben ein bisschen verletzungspech unser stammteute ist verletzt und diverse andere die jetzt alle langsam wieder zurückkommen wenn das ganze geschehen und hier sieht man dass es einige interessenten gibt für die spieler von uns cabello können wir wieder nach vorne einschleusen mora der sehr viel spielzeit bekommt wobei ich dann das sehner vielleicht mal spielen soll spielen lassen soll weil die spieler sind schon auch ein stück weit der kann ich kann ich wieder weglassen dafür agazi wieder rein ein stürmer bedenken das ist jetzt nicht so tragisch das ding ist ich habe ich habe gedacht also ich habe unseren stürmer unseren kossack unseren alten habe ich verkauft und dachte dass der eigentlich zur saison mitte dann wechselt aber das blöde daran ist er sofort gewechselt und ich habe jetzt keinen ersatz eigentlich für unseren stürmer campo mein ich kann schon kann ihn schon mal hochziehen aber der ist ja auch verletzt das bringt sich so eigentlich gar nichts also werde ich mit adamo spielen mein capello könnte ich noch hoch nehmen vielleicht dass ich dann in der halbzeit jetzt was habe ich denn jetzt wieder gemacht dass ich in der halbzeit dann wechsle ich sehe es dann übrigens adam entwickelt sich prächtig unser quality noch prächtiger und der absolute oberhammer mit dem ich selber nicht gerechnet habe bis picione der sich auch prächtig entwickelt arbeitet echt stark an allem was ihn betrifft mal hat sie brunelli zum beispiel könnten wir hier noch mal bringen ein bisschen rotieren soll hier nicht schaden von zeitiger rechts wollen wir auch noch mal rein so was soll es aber jetzt gewesen sein ja was ist passiert wir schauen uns den terminplan an ich habe euch gegen capri weggelassen dann haben wir gegen benevento 3 zu 2 gewonnen das spiel war gut war wirklich gut schön an zu gucken die jonathan adam hat wieder getroffen zudem kommen wir später noch mal peruja natürlich ich meine die sind noch mal eine hause stärker 3 zu 0 verloren und gegen pescara auch mit 1 zu 0 verloren haben wir eigentlich auch keine chance gehabt also diese beiden spiele waren wirklich überragend wir gucken auf die tabelle und tabelle sind wir auf platz nummer sieben was natürlich schön ist adamo donnarumma mit neun treffern dann holen wir nicht ein übersicht teamwerk wird ist der 30 darf ich habe ich mir den da bitte bis vorbekenntnis ich will mir den angucken ich will mir den echt angucken was für werte der hat weil der ist absoluter wahnsinn hey ja unser adamo ist auf platz zwei der tor schützen ist klar was haben wir hier für einen der macht eigentlich auch einen netten eindruck 29 jahre jung 29 jahre jung irgendeinen 24 vielleicht sollten wir uns die auch mal alle anfordern als hat er ja weniger kraft und sprunghöhe nervenstärke man weiß auch warum nicht 24 jahre jung guck können wir einfach mal naja den haben wir schon gescoutet 18 jahre jung ist volle kenntnis ja scheint eigentlich wahnsinnig zu sein was die werte betrifft und hat auch einen vertrag bis 2025 und ist jetzt schon 3,7 millionen euro schwer also wert wow cool echt cool ja was gibt es noch zu erzählen relativ wenig wir sind eine million schon wieder weit weg vom vom äquator der finanzen aber ich habe schon mal ein paar jugendverträge verlängert das hat gott sei dank funktioniert und das heißt theoretisch könnten wir weiter aus der jugend zehren auch verletzt personal habe ich wieder eingestellt dass ich habe einiges gemacht eigentlich und ich würde sagen wir gehen zum spiel und gucken uns das an so dort angekommen gehen wir gleich in die kabine genau konzentriert euch auf das spiel und los geht's theoretisch könnte ich auf umfassende highlights auch machen und dann gucken wir uns das als ganzes an glaube ich ist besser piccione piccione so da ist unser youngster da lässt sich den ball abnehmen und das ziemlich ziemlich einfach so lishi piccione lishi agazzi ja schöner pass und der schuss ja das das war zu viel des guten die stanz schüsse glaube ich kann da nicht so gut die abwehr wieder geht wieder direkt zum gegner wir kriegen es nicht verteidigt zu unseren leuten irgendwie ah schöner ball kommt die flanke an nein kommt sie nicht capello der youngster Eckball ok scheint ausgeglichen zu sein brunelli er ist weit weit weg er ist weit weg ok keine ahnung was da die chance war augenlio agazzi agazzi schön wieder raus auf den flügel der ball kam 3 brunelli ne nichts ist es brunelli ist auch sehr gefährlich unser links außen den wir ausgeliehen haben aus fiorentina aber leider wird der uns am ende wieder verlassen und das war ein guter ball und das war ein stellungsfehler der kann uns sehr teuer zu stehen kommen er legt ihn nicht quer das wäre ein sicheres tor gewesen hätte er den quer gelegt und der pass war gut kann abschließen nein kann er nicht zu spät also wow da hatten wir extrem viel glück in diese situation das kann wir ja gerne auch mal live angucken hier geht er schön drüber reno und dann hätte er nur rüberlegen müssen er hätte es selber gemacht und somit an die stange geschossen agazzi der senna na dann kriegt er nicht agazzi mit dem fehlpass germano das ist ein schöner konter er spielt er jetzt rüber ja aber da kommt keiner ran vielleicht nochmal die möglichkeit mit einer flanke nach schoß forsten nummer 2 ach du heiliger strohsack wir werden hier echt überrannt vielleicht sollten wir da ein bisschen zurückgehen wir spielen immerhin auswärts dass wir nicht so überrannt werden Adamo und jetzt vielleicht der konter das ist ein hin und her Adamo mit dem schuss und das ist das tor yes das ist das tor hier nochmal hier nochmal schön ausführlich von unseren top leute und der ist direkt angenommen Adamo eigentlich für mich ein Traumtor mit links der wahnsinn und weiter geht's wir kommen hier oh Moment ich nehme gerade auf da brauche ich keine Anrufe dass ich die auch nicht auf leise stellen kann ich weiß es nicht so Capello das Sena ja schöner Ball wieder rüber kann er ihn durchstecken ja kann er und abseits ok abseits kann er schon fast nicht schöner geben gehen kann er schon fast nicht schöner geben na der schuss wurde er abgeblockt nochmal die Möglichkeit nein haben sie nicht der konter wieder vielleicht sieht fast so danach aus oder ne keine Ahnung was das jetzt war ja Adamo ja ich glaube er hat jetzt das fünfte Tor hängt aber immer noch ein bisschen nach nach so wir haben wieder den Ball Agazzi Capello mit der Flanke und Adamo mit dem Kopf ja hätte es gefährlicher sein können Capello Brunelli und da gehen sie wieder durch aufseits das war ein Highlight jetzt oder wie na auf jeden Fall mit diesem Sieg wenn es einer wird werden wir derzeit wieder auf Platz Nummer 3 krass oder man hätte das gedacht Rondanini unser Rechtsverteidiger aber nicht unser Stammrechtsverteidiger der hat Pause heute die Rotation greift und wieder der Angriff vom Gegner und irgendwie sind wir da trotzdem nicht konsequent beim Verteidigen Teamanweisungen Gegner im Ballbesitz eine Decken viel höher höher viel höher hm ein Sena Lishi Pichione Lishi De Sena war der senner noch mal irgendwie haben wir das glück dass wir am ball bleiben brunelli was macht der brunelli nein nichts ist auch nichts eckball irgendwie funktioniert das hier nicht ganz mit den chancen und so hätte auch was werden können draus so die worden die worden immer noch nee das sind ja gar nicht mehr warum geht er da nicht drauf auch schön konnte adam macht aber nix reno ist wieder ein ball es ist ein hin und her es ist echt gewaltig und es geht wieder in die andere richtung der lange ball adam ist da adam 2 zu 0 sechstes saison tor für jonathan adam und die nächste vorlage für unseren passgeber wieder direkt angenommen mit links perfekt gemacht die ergänzen sich wirklich prima ich glaube ich stelle jetzt um auf entscheidende highlights das werden wir heute nicht mehr fertig wieder der ball wurde erobert da kommt er sogar durch kann bringt er den ball nein was machte denn hat viel mehr rausspringen können dabei wäre echt schön gewesen ungefähr 40 punkte brauchen wir für den klassenerhalt wir haben jetzt schon 13 das heißt eigentlich was leidenschaftlich da müssen wir leidenschaftlich werden so taktik sicherheitsmaßnahmen einleiten dann können wir auch runternehmen das ist Raimo da braucht ihr auch ein bisschen spielzeit mal schauen wie das ganze hier noch ändert mal schauen wie das ganze hier noch ändert von den bewertungen sind wir auch gut und die schiert machten super job hinten die kione könnte bei dem passspiel noch ein bisschen dran arbeiten fehler ein paar fehler gab es auch und da mal mit dem fehler aber ich muss jetzt glaube ich adam rausnehmen so was ist jetzt ich nehme adam raus und werde hier den offensiven bringen das soll sich noch ein bisschen schonen die letzten minuten Eckball viel zu weit und wir köpfen den ball wieder zum gegner unzählige male jetzt schon und wahrscheinlich jetzt wieder ja ja natürlich wir sind effektiver was die chancenauswertung betrifft das steht schon mal fest die letzten fünf minuten der gegner hat auch mehr ballbesitz freistoß nochmal der nix einbringt so agazi der pello der eigentlich nur den ball halten sollte vorne ja das passt auch und somit dürfte das der sieg sein und wir sind wieder in der spur herzlichen glückwunsch oh das habe ich jetzt falsch gemacht da habe ich jetzt was falsches gesagt ich dachte eigentlich das ist cool wäre aber Jonathan Adama guckt mal 7166 Tore also der ist Bombe Bombe ja gut das Spiel ist vorbei wir sehen uns dann vermutlich 7.1. gegen den ersten auswärts ach das wäre schon sehr bald oder gegen den 18. gegen den zwölften also entweder Siena oder Regina würde ich sagen weil die ungefähr im Mittelfeld sind und das das Ziel ist was ich so ungefähr mir vor der Saison ausgemalt habe vielleicht gegen Siena zu Hause oder das wäre doch schön also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020